In der gemeinschaftlichen Behandlung der Tagesordnungspunkte 7 und 8, kommunale Kulturförderung, sowohl die Projektförderung wie die institutionelle Förderung 2021. Hier liegt für den Tagesordnungspunkt 8 ein Ergänzungsantrag der AfD vor, der könnte zunächst eingebracht werden und danach beginnen wir in der Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke. Möchte der Antrag eingebracht werden, dann ab geht's. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger, liebe Kulturschaffende. Eine Hebung ist immer Ausdruck dafür, dass die Zusammenarbeit in einem Ausschuss nicht funktioniert. Möglicherweise ist neben all jenen, denen der Vorgang zum Nachteil gereichte, auch der Oberbürgermeister daran interessiert zu erfahren, was eben schiefgelaufen ist. Und worin sich unser Ergänzungsantrag begründet. Klären wir zunächst für die Kulturschaffenden die Frage, warum die Förderung erst heute beschlossen werden wird. Am 21. Dezember des vergangenen Jahres wurden die interfraktionellen Änderungsanträge dem Kulturausschuss um 11.54 Uhr nahezu buchstäblich um 5.12 Uhr übergeholfen. Die Sitzung des Ausschusses war am selbigen Tag für 16 Uhr anberaumt. Die Verwaltungsvorlage in Verbindung mit den interfraktionellen Änderungsanträgen wurde ergo so spät in der Jahresplanung des Geschäftsbereich 4 eingebracht, dass eine Hebung nur mit einem Verzug der Auszahlung einhergehen konnte. Und genau das war das politische Kalkül einiger Personen. Es war offensichtlich die Intention, den folgenden Modus operandi zu praktizieren. Wenn die Vorlagen zuzüglich deren Änderungen immer nur spät genug eingebracht werden, kann die ausgekungelte Geldverteilung nicht mehr geprüft und demzufolge auch nicht kritisch im Stadtrat behandelt werden. Der uns entgegengebrachte Vorwurf von Frau Filius-Jene, wir hätten ja auch Änderungsvorschläge einbringen können, war schon sehr amüsant, da wir mittlerweile alle wissen, dass die ehemals vernunftgeträgten Parteien FDP und CDU ihre Eigenständigkeit im Kulturausschuss restlos verloren haben. Kommen wir nun zu der Trickserei mit den Finanzen. Der Haushaltsansatz 2021 sah dem Solidarprinzip folgend eine Summe in Höhe von 4.250.000.000 in der institutionellen Kulturförderung vor. Dieser Ansatz wurde ganz knapp verfehlt. Der Betrag wurde auf sage und schreibe 4.816.000.000 Euro hochgezaubert. Nun, wie bekommt man das hin? Man kugelt mit der Facharbeitsgruppe die Gesamtsumme auf 5,3 Millionen, um anschließend zu glänzen, dass man demütig doch gekürzt hat. Im Ergebnis der institutionellen Förderung erfolgt somit eine reale Erhöhung um 305.000 Euro zum vorangegangenen Haushaltsjahr. So trickst man erfolgreich gegen das gesellschaftliche Solidarprinzip zulasten der Allgemeinheit. Unser Ansatz hingegen wäre ohnehin ein anderer gewesen. Der Vorgabe von 4,25 Millionen werden wir gefolgt. Wir hätten dafür plädiert, in einer gemeinsamen Konferenz mit Verwaltung, Ausschuss und den Zuwendungsempfängern, Synergieeffekte zu eruieren und nicht zwingend notwendige Ausgaben zu ermitteln. Gemeinsam wäre so eine basisdemokratische Mittelverteilung durchaus möglich gewesen. Wir werden den Ansatz 21 auch für die kommenden Jahre vertreten, da die aktuelle Krise sehr wahrscheinlich noch sehr tiefe Löcher reißen wird, von denen hier bisher keiner zu träumen wagt. Im Ergebnis der Kauser lässt sich Folgendes konstatieren. Erstens, eine verspätete Auszahlung an die Zuwendungsempfänger wurde im politischen Kalkül von den Parteien die Linke, die Grünen, SPD, FDP, CDU billigend in Kauf genommen. Zweitens, die Verwaltung ist offensichtlich unfähig, die Vorlage so zu planen, dass es nicht zu Auszahlungsverzögerungen kommt. Und drittens, es ist gelinde gesagt nicht schön, dass die haushaltstragenden Fraktionen auf den Rücken der Kulturschaffenden den anderen eine Grube graben wollten. An dieser Stelle noch ein kleines Best-of über laut der Sächsischen Zeitung das große Entsetzen der Kulturpolitiker im Anti-Rechts-Kampf. FDP, AfD und Freie Wähler haben mit ihrem agierenden Kulturausschuss wieder einmal die Maske fallen lassen. Hinter der Fassade der gespielten bieteren Bürgerlichkeit taucht der unappetitliche Hass auf das System auf. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hase. Genauso überholt man Rot-Rot-Grün fulminant links außen. Kulturbürgermeisterin Frau Klepsch meinte, sie habe kein Verständnis für diese Entscheidung. Dies sei nicht vertrauensbildend gegenüber der freien Kulturszene. Diesem Vorwurf möchte ich dem § 41 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung entgegenhalten. Und die Grünen, offenbar wollen AfD und Freie Wähler die Vereine am langen Arm verhungern lassen. Und die Bedürfnisse würden aufs Schändlichste mit Füßen getreten. Liebe Frau Filius Jene, Sie sind die Einzige, der ich in diesem ganzen Licht- und Schattenspiel meinen Respekt zolle. Sie wissen eben, wie der König die Betriebsblinden einsetzt. In der Schlussfolgerung des gesamten Sachverhalts ergibt sich daher unser Ergänzungsantrag. Wir wollen frühzeitige Planungssicherheit für die Zuwendungsempfänger, größtmögliche Transparenz und eine weitestgehende Beteiligung aller Akteure. Nach dem heutigen Tag bin ich zuversichtlich, dass die kommenden Kulturführungen besser geplant werden und der Kulturausschuss auch besser zusammenarbeiten wird. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Wie gesagt, beginnt Fraktion Die Linke, Herr Hecht. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kultur- und Kunstschaffende. Heute im Stadtrat entscheiden wir über die kommunale Kulturförderung dieser Stadt im aktuellen Jahr. Wie viel bekommen die freien Träger, gemeinnützigen Vereine, Institutionen für ihre Arbeit und welche Projekte werden unterstützt? Normalerweise wird das im Kulturausschuss zu Ende eines Jahres beraten und beschlossen. Dort sitzen die Fachpolitikerinnen zusammen. Schon vor dem Kulturausschuss gibt es die Facharbeitsgruppen, die nach Genres unterteilt ihr Votum für die Förderung abgeben. Und es gibt den Kulturbeirat, der das insgesamt nochmal bewertet. Die Beratung und der Beschluss noch im alten Jahr ist auch deswegen dringend geboten, weil die Träger der Kulturarbeit, die Kunstschaffenden und die Projekte Sicherheit für ihre Planung brauchen. Das gilt natürlich umso mehr in dem andauernden Lockdown und vor der Unwägbarkeit der nächsten Monate, ja vielleicht Jahre. Und warum beschließen wir diesmal erst Ende Januar? Warum gibt es diese Verspätung? Na, weil die rechten Fraktionen, AfD und Freie Wähler halt mal ihr Mütchen kühlen wollten. Wenn ich es richtig verstehe, wollen manche sogar die kommunale Kulturförderung ganz abschaffen. Hellerau zumachen und was weiß ich nicht noch alles. Jetzt kommen Argumente nachgeschoben, da wäre mal der Begriff des Hanebüchenen angebracht. Aber weil sie das alles nicht können, die Kulturförderung abschaffen, Hellerau zumachen, die Corona-Diktatur abschaffen und was weiß ich alles, weil sie das nicht alles können, machen sie halt ein bisschen Ärger. Kulturkämpferischen Ärger in dem Fall. Und ohne jede Auswirkung auf die Entscheidung übrigens. Die beiden benannten Fraktionen haben zwar die Entscheidung vom Kulturausschuss in den Stadtrat gehoben, das ist ihr gutes Recht, aber ohne jede Chance, dass sich in der Sachentscheidung Änderungen ergeben würden. Reine Schikane also. Zeit geklaut. Wir werden nämlich trotzdem beschließen, dass für die institutionelle Förderung für fast 70 Institutionen über 4 Millionen Euro Förderung ausgereicht werden. Hier ist von der großen Volkshochschule bis zum neuen Objekt Klein A, dem Ausländerrat, dem Schaubudensommer, vieles, vieles, ja fast alles mit dabei. Und wir werden auch trotzdem beschließen, dass bei der Projektförderung für, ich glaube, 99 Projekte 436.000 Euro gefördert werden. Das geht dann von dem Amateurtheater, von Ausstellungsprogrammen und Stipendien zu Stadtteilfesten wie der BRN oder dem Elphangfest, dem deutsch-jüdischen Kulturdialog, zu sowas wie dem Regionalwettbewerb Jugendmusiziert. Wie reich diese Institutionen und Projekte diese Stadt mit ihrem Angebot machen. Wie toll ist das, in einer Stadt mit diesem Reichtum leben zu können. Und wie schäbig ist es von der AfD und den Freien Wählern, diesen engagierten Protagonisten ihr eh schon schweres und in Pandemiezeiten noch schwierigeres Leben und die Arbeit noch weiter zu erschweren. Wir haben es in den Haushaltsverhandlungen der fünf Fraktionen hinbekommen, dass vorgesehene Kürzungen im Kulturbereich abgewendet werden konnten. Natürlich wissen wir auch, dass die kommunale Kulturförderung weiterhin der Entwicklung bedarf. Wir als Fraktion Die Linke wollen die Arbeits- und Produktionsbedingungen der dort Tätigen noch weiter verbessern. Aber zunächst gibt es wenigstens ein neues Jahr und eine neue Förderung. Zuletzt, vielleicht haben die beiden rechten Fraktionen diese politische Provokation auch nur deswegen gelandet, weil sie nicht in die Besprechungen der Fachleute einbezogen waren. Tja, da können Sie sich nach diesem Auftritt sicher selber beantworten, warum das auch niemals der Fall sein wird. Vielen Dank. Als nächstes wird das Wort SPD-Fraktion gewünscht. Nein, FDP das Wort gewünscht. Schein nicht der Fall sein. Dann Freie Wähler, Frau Dagen. Ja, die Vorwürfe Adonimen, die kennen wir natürlich, aber ich werde Ihnen jetzt nicht die Freude bereiten, darauf zu reagieren. Ich habe mich entschlossen, zu agieren. Außerdem bin ich geborene Dresdnerin und denen geht der Spruch voraus. Wir vergessen nichts, aber wir sind natürlich auch nicht nachtragend. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, am 17.12. letzten Jahres erging der mehrheitliche Beschluss zum Doppelhaushalt 2021 und 2022 der haushaltstragenden Fraktionen laut unseres Finanzbürgermeisters, Herr Dr. Lahmes, schon damals ohne Deckung und ohne Ausgleich. Trotzdem erging immer wieder aufs Neue der Hinweis auf die Novemberschätzung hinsichtlich der zu erwartenden Steuerannahmen. Ich sage das jetzt extra noch einmal, weil wir bereits am 17.12. letzten Jahres im vierten Tag im Lockdown, im harten Lockdown gewesen sind und das bis zum heutigen Tage. Es erfolgte eine Sondersitzung am 21.12. des Kulturausschusses zu den weitreichenden Änderungen in der institutionellen und in der Projektförderung mit Rücknahme von Kürzungen, Ausgleichen, auch Beibehaltungen und einigen wenigen Erhöhungen. Wer sich die Zeit und Muße mal nimmt und sich das Zahlenwerk etwas genauer anschaut, der wird die eine oder andere sehr ambitionierte Kuriosität dort feststellen. Insgesamt sollten in einer sehr wesentlichen Größenordnung Kürzungen zurückgenommen werden. Die Hebungen in den Stadtrat aus Gründen der Öffentlichkeit, der Transparenz und hinsichtlich vor allen Dingen der haushalterischen Situation halten wir für absolut richtig und notwendig. Es gab eine Hausmitteilung vom 30. November des Beigeordneten für Finanzen. Herr Dr. Lahmes sagte immer, man müsste ihn nur fragen. Also uns erreichte es und augenscheinlich den gesamten Rat erst im Januar 2021. Dieses beinhaltete eine Information zur Haushaltsverfügung, nämlich einer vorläufigen Haushaltsführung für das Jahr 2021. Ich nehme allerdings an, dass die Kulturbürgermeisterin am 30. November davon schon in Kenntnis gesetzt worden ist. Was steht nun in dieser Information drin? Ich zitiere mal. Während der vorläufigen Haushaltsführung muss bei Zuwendungsbescheiden der Vorbehalt des Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2021 enthalten sein. Die Auszahlungen stehen somit natürlich unter Vorbehalt des Widerrufs. Wir erfahren auch zum wiederholten Male natürlich von einer Präferierung von Pflichtaufgaben. Ja, was bedeutet das nun eigentlich zum Thema Kulturförderung? Ist denn Kultur eine Pflichtaufgabe? So, dann schauen wir mal ins sächsische Kulturraumgesetz. Und da sehen wir, dass die Kulturpflege zu einer gesetzlichen Pflichtaufgabe erhoben worden ist. Allerdings folgen daraus weniger weitere Konkretisierungen noch, dass der Umfang näher bestimmt worden wäre, was denn nun die Pflichten an Kultur wirklich sind. Wir erfahren lediglich, es gibt die harten Pflichtaufgaben, also die bestimmten wie Abfall, wie Abwasserentsorgung, Verkehr, Gesundheit und so weiter. Und es gibt eben auch, so leid es mir tut, die weichen und die unbestimmten Pflichtaufgaben. Und die sind der der Kultur. Dazu kommt noch, dass der geänderte Haushalt aufgrund seiner weitreichenden Änderungen erst per 25. Januar der Landesdirektion zugestellt worden ist. Und wer gut zugehört hat, der weiß, dass bis zur Bestätigung derer eben hier eine vorläufige Haushaltsführung im System ist. Nun höre ich immer wieder den Begriff der Systemrelevanz, den die Kulturschaffenden so gerne vor sich her tragen. Ich selbst bin Kulturveranstalterin, die ist unter anderem seit 25 Jahren in dieser Stadt. Und ich meine, dass dennoch unter derzeitigen Umständen oder vor allen Dingen unter derzeitigen Umständen man sehr kritisch und auch bilanzierend und vor allen Dingen eins, nämlich verantwortungsvoll in jedem Sinne agieren können muss. Und das doch bitte ohne die üblichen Empörungsrituale derer, die vor allem von der Stadt als für die Stadt leben. Denn wenn man so, wie es derzeit im Dresdner Stadtrat augenscheinlich Usus ist, ein Blindes weiter so propagiert, wo Geld ausgegeben wird an Stellen, wo wir keines mehr haben, verhilft man den Kulturschaffenden eben mitnichten zu dieser eingeforderten Planungssicherheit. Das ist schlechtweg unrealistisch. Und es ist vor allen Dingen noch viel schlimmer, weil man lässt diese Kulturschaffenden unter Umständen sehr, sehr tief fallen. Dies nämlich bei einer unter Umständen vorhersehbaren Haushaltssperre nach bestätigtem Haushalt oder eben bei einem vorläufigen Haushalt, der sämtliche Förderzusagen außerhalb des Pflichtbereiches wieder entzieht. Also ich meine, Stadt blind, hier Systemrelevanz einzuklagen. Und Herr Hecht, Systeme verändern sich. Sollte sich der Künstler als systememmanent betrachten, sonst wird nämlich aus eben jenem Künstler ein Kulturschaffender und darauf folgend ein Kulturanschaffender, der sein Selbstverständnis und Selbstbewusstsein aus der Höhe der Förderzusage zieht. Inwieweit, und das ist nur ein kleiner Schlenker von meiner Seite, die Soziokultur den Begriff der kommunalen Kultur vollends aufgesogen hat in dieser Stadt und inwieweit spätere Generationen unsere Kulturgeschichte an den Förderbedingungen ablesen können, ist an anderer Stelle durchaus betrachtenswert. Und zu guter Letzt möchte ich die Frage zum Bericht des Kulturausschusses stellen, inwieweit wir es denn eigentlich hier mit einem regulären Änderungsantrag hier im Rat zu tun haben. Denn bis auf die Anlagen zur Kulturförderung liegt mir zumindest bis dato nichts vor. Es gab mal einen ehemaligen Finanzbürgermeister hier im Rat, der hat zu einem ähnlich gelagerten Fall Folgendes gesagt, hiermit bekäme noch nicht einmal eine Wurstbude einen Kredit. Also ich erbitte sehr gerne meine Bitte an die Verwaltung, eine schriftliche Zuarbeit des Protokolls vom 21.12. hinsichtlich eines vorgebrachten Änderungsantrags. Und ich beantrage über die Vorlage der Verwaltung abzustimmen, dies mit allen Kürzungen. Und ich sage das so, dies bei vorläufiger Haushaltsführung und unklarer Bestimmung der Pflichtaufgabe Kultur, bei dazukommender prognostiziert schwieriger Wirtschaftslage, in der Steuern eben derzeit nicht erwirtschaftet werden können und deshalb eben auch nicht adäquat ausgegeben werden können. Und zuallerletzt im Sinne der Gleichbehandlung jedes Geschäftsbereichs, der nämlich Kürzungen hinnehmen musste. Im besten Sinne ein Plädoyer für eine realistische Weltbetrachtung. Und ich schließe mit einem Zitat vom Chefredakteur der Dresdner Neuesten Nachrichten, Dirk Birgel, der sehr realistisch gewesen ist, in dem er meinte, die fetten Jahre sind vorbei. Vielen Dank. Als nächstes sind dann Bündnis 97 die Grünen, Frau Filoszene dran. Nur nochmal zu meinem Verständnis vortragen. Ihr Antrag auf Abstimmungsgrundlage ist zum Tagesordnungspunkt 7 oder 8. Für beide. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kulturschaffende, die uns jetzt vielleicht zuschauen. Allererster Punkt, selbstverständlich hat der Geschäftsbereich Kultur Kürzungen hinnehmen müssen, wenn Sie den Haushalt gelesen hätten an dieser Stelle, wüssten Sie auch das, liebe Frau Dagen. Das Zweite sage ich auch mal gleich vorweg, der Vorbehalt des Widerrufs ist immer so. Sie sind ja erst seit dieser Legislatur im Stadtrat. Ich habe schon mehrere Haushalte mitgemacht und immer ist es so, wenn wir die kommunale Kulturförderung am Jahresende ausreichen, haben wir nie schon einen genehmigten Haushalt. Und da wird es immer unter Vorbehalt sozusagen die Bescheide ausgestellt. Aber sie können immerhin ohne Vorbehalt ausgestellt werden. Und das war jetzt durch ihr Agieren nicht möglich. Und da bin ich doch schon bei der Definition des Dudens für das Wort Destruktion. Das heißt nämlich dort Auflösung, Beseitigung, Demolierung, Vernichtung. Was die Damen und Herren von der AfD und den Freien Wählern mit dem Heben des Beschlusses für die kommunale Kulturförderung in den Stadtrat im Sinne hatten, war nichts anderes als Destruktion. Wo waren denn Ihre Vorschläge im Ausschuss? Auch Ihnen lagen die Zahlen hinsichtlich, was können wir ausreichen, wenn die Kürzungen nicht ausgeglichen werden? Was schlagen die Facharbeitsgruppen vor? Bereits bei der ersten Lesung, nein, konkret eine Woche vor der ersten Lesung, also am 1. Dezember vor. Sie haben genau dieselben Möglichkeiten, in Mandatus reinzugucken und mit der Einladung zur ersten Lesung am 1. Dezember hatten Sie alle Zahlen. Haben Sie da angefangen zu rechnen, wonach gesteuert werden muss? Haben Sie sich mit den Vereinen unterhalten? Was haben Sie denn in dieser Zeit gemacht? Ach so, ich vergesse, die AfD sicherlich musste gar nichts tun, denn sie wollte die kommunale Kulturförderung ja ganz abschaffen, dann muss man natürlich auch nicht mit den Akteuren sprechen. Vielleicht brauchen Sie ja auch noch ein bisschen Nachhilfe, was eigentlich hinter der kommunalen Kulturförderung steckt. In der Tat ist es ja ein sehr trockenes Wort. Institutionelle Förderung noch trockener. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich die Arbeitsfähigkeit von zig Engagierten mit professionellen wie mit ehrenamtlichen Kräften arbeitenden Vereinen der unterschiedlichen Genres. Und was wird gefördert? Die Förderrichtlinie besagt, Zitat, eine institutionelle Förderung wird zur anteiligen Deckung der laufenden Geschäftsaufgaben wie Personal, Betriebs-, Sachausgaben und Honorare gewährt. Wie werden die Mittel verteilt? Herr Hecht hat es schon angesprochen. Über einen ausgesprochen transparenten Prozess vorberatend ist in den einzelnen Sparten jeweils eine Facharbeitsgruppe, die, wie der Name schon sagt, sich aus unabhängigen Fachleuten zusammensetzt. Diese macht einen Vorschlag, welchen die Verwaltung meist aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel an der einen oder anderen Stelle noch ändert. Und am Ende kann der normalerweise beschließende Kulturausschuss seinerseits noch entsprechende Justierungen vornehmen. In die Facharbeitsgruppen sind wir als Ausschussmitglieder alle eingeladen. Da kann jede und jeder von uns hin. Aber vielleicht haben Sie ja bereits diesen Gegenüber Vorbehalte, weil Sie alles ablehnen, was nicht in Ihr nationalistisches Horn bläst oder mit Rechten liest, um hier mal die Veranstaltungsreihe einer mit in den Stadtrat Heberin zu zitieren, bei der Nomen schon mehr als Omen ist. Und Frau Dagen, Sie haben ja gerade gesagt, Systeme verändern sich. Ja, das ist Ihr Ziel. Sie wollen dieses System hier verändern. Ich kann nur sagen, ich glaube und bin da sehr guten Mutes, es wird Ihnen nicht gelingen. Abwarten, sagt sie. Also, genau. Was konkret haben Sie bewirkt? Sie haben etwas mehr als 5.300.000 für die Förderung von kulturellen Vereinen und kulturellen Projekten blockiert durch ihre Hebungen in den Stadtrat. Von 67 durch Corona ohnehin schon schwer gebeutelten Vereinen, die am Jahresende keine Planungssicherheit hatten, wie es in 2021 weitergeht. 67 Vereine, von denen ich jetzt nur noch eins beispielsweise, als Beispiel rausgreife, tatsächlich den Verein Erkenntnis durch Erinnerung, besser bekannt als Gedenkstätte Bautzener Straße, ein Ort der Erinnerung, Bildung und Begegnung. Und jetzt zitiere ich aus der Selbstdarstellung der Gedenkstätte, Zitat, erinnert an die Opfer der politischen Verfolgung in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR, dokumentiert deren Schicksale und macht sie der Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich. Zudem bietet sie den betroffenen Raum für Austausch und Begegnung. Gleichzeitig erforscht die Gedenkstätte die Geschichte des historischen Areals. Sie untersucht Ursachen, Strukturen, Methoden und Folgen von Diktaturen sowie ihnen zugrunde liegende Ideologien. So etwas wollen Sie offensichtlich nicht fördern. Kommen Sie mir jetzt nicht mit der Haushaltssolidität. Das haben Sie versucht, da sind Ihre Argumente so löchrig wie Schweizer Käse, wenn man genauer hinschaut, wofür Sie Geld ausgeben wollen. Und hier schließt sich der Kreis. Sie wussten genau, dass im heutigen Stadtrat dieselbe breite Mehrheit steht wie im Ausschuss. Das war reine Destruktion und ich danke bereits jetzt allen Kolleginnen und Kollegen, die hier der Destruktion Konstruktivität entgegensetzen und das ist die überwältigende Mehrheit. Und vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion, Frau Nicola. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Beigeordnete, sehr geehrte Stadtratskolleginnen und Kollegen und sehr geehrte Gäste zu Hause am Endgerät. Ab dem 13. März letzten Jahres herrschte in den Konzertsälen, Museen, Clubs, Ateliers eine plötzliche Stille. Die Instrumente blieben still, das Geschnatter war weg, das Graune ging nicht mehr durch die Gänge, Besucher blieben weg. Die Corona-Pandemie hatte die Kultur in ihrer facettenreichen Vielfalt mitten ins Herz getroffen. Keine Auftritte waren mehr möglich, keine Veranstaltungen, keine Gäste und natürlich keine Einnahmen. Deshalb war es uns als CDU-Fraktion im Dezember in der letzten Kulturausschusssitzung außerordentlich wichtig, dass die Gewährung der institutionellen Förderung für 2021 beschlossen wurde. Und, sehr geehrter Herr Rentsch, ich kann Ihnen versprechen, Frau Filius-Jehne wird weder meine beiden Fraktionskollegen noch mich manipulieren können, denn wir sind alle drei kommunikativ so gut aufgestellt, dass wir unsere Ziele, die wir haben, durchsetzen können. So hatten wir nämlich als CDU uns dafür eingesetzt, es wurde bereits gerade genannt, dass die Gedenkstätte auf der Barstner Straße gefördert wird, dass das Putiatin-Haus gefördert wird und wir hatten uns ganz stark dafür eingesetzt, dass die Australie gefördert wird. Und all diese Projekte, die wir uns vorgestellt hatten, dass sie die Förderung erhalten, wurden in vollem Maße gefördert. Vielen Dank dafür. Diese und auch die anderen Institutionen sollten im Dezember eine Planungssicherheit erhalten. Leider wurde diese Vorlage in den heutigen Stadtrat gehoben, sodass alle Beteiligten einen weiteren Monat warten mussten. Wir fanden es nicht gut. Wir hatten uns dazu auch in der Presse geäußert. Und ich bitte Sie deshalb heute im Interesse aller Kulturschaffenden unserer Stadt und der Nutzer dieser Einrichtungen heute dieser Zulage zustimmen und ein Zeichen zu setzen, gerade jetzt in der Pandemie, in der Corona-Pandemie ein Signal zu senden. Wir halten zu den Kulturschaffenden. Wir wollen der kulturellen Bildung einen Beitrag liefern. Und es ist vorhin genannt worden, gerade diese Institutionen leisten einen großen Beitrag, wenn unsere Kinder nachmittags betreut werden sollen oder wir haben die Möglichkeit, auch außerschulische Angebote nutzen zu können. Und deshalb sind das sehr wichtige Institutionen und diese sollten gefördert werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürger, liebe Kulturschaffende und Zuwendungsempfänger der kommunalen Förderung. Voller Freude ging ich zum Kulturausschuss. Ich dachte wenigstens, wir können mit zahlreichen Erhöhungen und der Rücknahme der Kürzungen den Weihnachtsmann spielen. So ein Mitglied des Kulturausschusses nach der Hebung der kommunalen Kulturförderung in der Ausschusssitzung am 21. Dezember 2020 in einer Pressemitteilung. Ich greife das Bild des Weihnachtsmann spielenden Stadtrates oder Ausschusses auf, weil es die Denkmuster vieler Stadträte hier im Raum so konkret demaskiert. Nichts von dem, was durch Entscheidungen des Kulturausschusses an Fördermitteln ausgereicht wird, ist ein Geschenk. Alle Mittel, mit denen die Landeshauptstadt Dresden operiert, müssen auf dem ein oder anderen Weg von Menschen in diesem Land, in dieser Stadt erarbeitet werden. Nicht der Bund, der Freistaat oder die Landeshauptstadt wirtschaften gut und ermöglichen dadurch Ausgaben, die als Geschenke unter die Leute gebracht werden, sondern die Bürger, die Steuerzahler, alle Leistungsträger ermöglichen durch ihre Abgaben, Beiträge und Steuern die Handlungsfähigkeit von Bund, Freistaat und Kommune. Wir erleben derzeit eine wirtschaftliche Krise, die zu den schlimmsten der letzten Jahrzehnte gehört. Gewerbetreibende stehen vor dem Ruin. Die Wirtschaft wankt. Für die Dresdner Innenstadt steht zu befürchten, dass Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomie in nie gekanntem Ausmaß schließen müssen. Die Dresdner Tourismusbranche steht vor einem schweren Erneuerungsprozess. Viele Bürger sind von Kurzarbeit betroffen. Viele werden in den kommenden Monaten in die Arbeitslosigkeit geraten. Der Weihnachtsmann hätte eigentlich andere Probleme. Und genau hier entzündet sich unsere Kritik. Die Kulturförderung findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie von den sogenannten haushaltstragenden Fraktionen haben einen ungedeckten Haushalt aufgestellt. Gleichzeitig haben sie die Haushaltsmittel für die Kulturförderung aber um insgesamt knapp 600.000 Euro erhöht, ohne sich die Mühe zu machen, an anderer Stelle zu sparen. Es ist richtig, dass unserer Fraktion grundsätzlich die kommunale Kulturförderung zu unsolidarisch erscheint und wir hier generelles Kürzungspotenzial sehen. Jeder Cent, den wir bei Parkgebühren oder Elternbeiträgen nicht an die Dresdner weitergeben müssen, ist uns wichtiger als eine ausufernde Kulturförderung für Projekte, die sich bei Kreativität auch selbst tragen würden. Gleichwohl akzeptieren wir, dass die Förderung von Kultur auch im städtischen Interesse liegt, weil eine vielfältige, kulturell diverse Stadt eine attraktive, lebenswerte Stadt ist für Touristen, für Geschäftsreisende und für die Dresdner selbst. Aber die Entscheidung über die Verwendung von finanziellen Mitteln muss im Kontext der gesamtstädtischen Finanzen erfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Prioritätensetzung zwischen den Geschäftsbereichen. Pauschale Kürzungen konsumtiver Ausgaben im Haushaltsplan und zugleich die Erhöhung der Transferaufwendungen passen nicht zusammen. Vielen Dank. So wird weiterhin das Wort gewünscht, dass der Geschäftsordnungsantrag, Herr Lentsch, bitte. Ich beantrage die namentliche Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. So, dann hat es sich die Frau Dagen noch gemeldet. Ist vorbei, okay. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir in die Abstimmung und haben zunächst den Antrag von Frau Dagen als Abstimmungsgrundlage die Vorlage im Beschlussverschlag der Verwaltung zu nehmen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Gegenprobe. Das ist die überwältigende Mehrheit, wer damit ersteres abgelehnt. Und damit kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Hier war namentlich beantragt. Wir prüfen es kurz nochmal, ich will nur sicher sein. Naja, das glaube ich immer viel. Ich höre immer gerne auf meine Leute und wenn die es mir sagen, dann... Ja. 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 Ich bitte, das mir nachzusehen. Es war ein Geschäftsordnungsantrag auf namentliche Abstimmung. Wer diesem Geschäftsordnungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzweck. Gegenstimmen? Das ist Letzteres die Mehrheit. Insoweit stimmen wir über den federführenden Ausschussbericht ab. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Zur Geschäftsordnung Kerenc. Ich habe hier Unterheiten beim Freien Wählern gesehen, bei den Abstimmungsverhalten, deshalb um namentliche Abstimmung. Es kam, wie es kommen musste. Insoweit hätten wir das auch kurz sagen können. Also, auf geht's. Wir wiederholen die Abstimmung und das in der Nahen Abstimmung. Ich darf um entsprechenden Aufruf der einzelnen Stadträder und Stadträder bitten. Frau Arnert. Frau Apel. Herr Aschenbach. Frau Barkow. Frau Bischofberger. Herr Blödner. Herr Böhm. Ja. Herr Braun. Herr Dr. Brauns. Ja. Herr Breuer. Ja. Frau Kaspari. Ja. Ja. Herr Kolditz. Ja. Frau Dagen. Ja. 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 Herr Deppe. Ja. Ja. Herr Dietze. Ja. Ja. Herr Dreefs. Ja. Herr Engel. Ja. Frau Filius-Jene. Herr Fischer. Herr Flemming. Ja. Frau Frohwieser. Ja. Frau Dr. Geitsch. Herr Genschmer. Ja. Nicht da. Geitsch ist nicht da. Genschmer war nein. Herr Gilke. Ja. Herr Göhler. Ja. Frau Graul. Ja. Herr Hannisch. Frau Hansa. Herr Hecht. Ja. Die Hase ist doch befragen, oder? Herr Hecht. Ja. Frau Holowenko. Ja. Herr Kaden. Ja. Herr Kanjewski. Ja. Herr Kiesling. Ja. Frau Krause. Ja. Ja. Herr Krüger. Herr Latszinski. Ja. Ja. Leo Lenz. Ja. 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 Herr Lichti. Ja. 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 Herr Lommel. Ja. 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 Herr Löser. Ja. 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 Herr Schlick, Herr Schmelig, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirtz, Herr Zastrow, Herr Hilbert. Vielen Dank. Das Abstimmergebnis lautet 53 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen bei 12 Enthaltungen, damit so zugestimmt. Wir kommen damit zur Abstimmung im Tagesordnungspunkt 8. Auch hier ist beantragt, zur Abstimmungsgrundlage zu machen, die Vorlage der Verwaltung im Schlussvorschlag. Wer dem folgen möchte, will ich jetzt um... Dann stimmen wir erst mal ab, wer für namentliche Abstimmung ist. Gegenstimmen? Letzteres ist die Mehrheit. Er wird damit abgelehnt. Dann kämen wir jetzt zur Abstimmung. Wer für die Abstimmungsgrundlage Beschlussvorschlag Verwaltung ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Also, Antrag, Frau Daten, Abstimmungsgrundlage, so wie der Beschlussverlag im Original Verwaltung war, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Das dürften drei sein, wenn ich jetzt richtig sehe. Gegenstimmen? Ist die überwiegte Mehrheit, wer damit abgelehnt? Damit ist die Abstimmungsgrundlage der federführenden Ausschussbericht. Zu diesem federführenden Ausschussbericht gibt es einen Ergänzungsantrag der AfD. Wer diesen unterstützen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das ist mit großer Mehrheit abgelehnt. Damit kommen wir unverändert über den federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Das kann nicht sein. Das wollen ja viel mehr Enthaltungen. Können Sie sich noch mal bitte die Enthaltungen melden, weil das Ergebnis konnte jetzt nicht stimmen. Also, in der Erzählung, wir müssen das wiederholen, weil das Abstimmungsergebnis ergibt mehr Stadträte, als wir überhaupt haben könnten. Und insofern müssen wir es wiederholen. Geschäftsordnung, Herr Hannig? Können Sie sich die Wiederholungen möglicherweise sparen? Weil ich habe sowohl bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister, als auch in der AfD-Fraktion auch hier wieder Unstimmigkeiten festgestellt. Und ich beantrage deswegen die namentliche Abstimmung. Und ich will anmerken, dass ich es schändlich für eine Demokratie finde, wenn vonseiten der Nationalen Front, entschuldigen Sie, liebe Kollegen, dass ich Sie so nenne, hier solche Sprüche kommen, wie ich habe Kinder zu Hause. Jetzt macht mal hin. Das ist ein Zirkus. Die demokratischen Regeln gelten für uns alle. Und wenn Links-Grün solche Anträge stellt, dann kann Rechts genauso solche Anträge stellen. Ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Ich beantrage die persönliche und namentliche Abstimmung. Wir gehen mal direkt in die namentliche Abstimmung rein. Dann haben wir ein sauberes Ergebnis. Und ich darf bitten um die entsprechenden Aufruf der Stadtgeräte und Stadträder. Wie gesagt, wir stimmen ab über den federführenden Ausschussbericht. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Braun, Herr Breuer. Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Genschmer, Herr Gölke, Herr Göhler, Frau Graul, Herr Hannisch, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kanjewski, Herr Kiesling, Frau Krause, Herr Krüger, Herr Lazinski, Leo Lenz, Herr Lischti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Malorni, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühle, Herr Müller, Herr Müller, Frau Nikoloff, Herr Nietzsche, Frau Dr. Osiander, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Schanetzki, Frau Schewe, Herr Schlick, Herr Schmelich, Herr Schmidt, Herr Schollbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter, Frau Rentsch, Frau Fraro, Herr Helbert Ja. 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 So, das Ergebnis lautet 53 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 13 Enthaltungen. Damit ist der federführende Ausschussbericht angenommen. Damit kämen wir...